Schatz, was riecht nach Fisch und räumt sich auf Uschi? Du denkst zweideutig nach der Sushi. Klar, was sonst? Ja, ist klar, habe ich dir jetzt genau angesehen. Zweideutig denken. Furchtbar mit dir. Also weißt du. Sushi? Ja, ja. Sushi stinkt aber nicht nach Fisch, wenn es frisch ist. Ich habe gesagt, riecht. Riecht auch nicht nach Fisch, wenn es frisch ist. Ein bisschen immer. Nein. Du hast zweifach gedacht.